Du wechselst so lange die Frequenzen, bis du jemanden erreichst, okay? Brakes? Neuigkeiten über das Schiff? Die Verbindungen nach draußen sind fast alle unterbrochen. Wir können niemanden erreichen, aber wir arbeiten dran. Charlie. Das Virus. Ich hab die Quelle gefunden. Es wurde aktiv, als wir Sams Tablet aus Mirava untersucht haben. Niemals, das System. Ich hab doch nur ein paar Sicherheitsprotokolle modifiziert. Ich wollte alles etwas schneller machen. Deinetwegen kam's im System? So haben die uns in Mexiko entdeckt. Nein, das war anders. Nachdem wir gelandet waren, da hab ich ein ehemaliges Mitglied des Kartells kontaktiert. Die Engineers haben Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Bestimmt hat er mich verraten. Charlie, wieso... Läuft! Amerikas Benzin war erfolgreich. Deshalb ist die Direktive zum Schutz der Regierung in Kraft. Was war ihr Ziel? Sorry, Sam, es kommen sehr viele Daten rein. Da ist es. Sieht nach Louisiana aus. Sabine Pass. Ein Gastanker. Oh mein Gott. Sabine Pass. Da steht die fetteste Raffinerie der Golfküste. Die Engineers haben die Anlage zuerst mit einem Virus und dann mit dem Tanker attackiert. Die Notsysteme waren ausgeschaltet. Ein Komplettausfall. Das Virus arbeitet genau wie das, das unser Flugzeug erwischt hat. Oh Scheiße. Jede Raffinerie an der Küste ist damit infiziert. Wenn das Feuer überspringt. Fackeln sie allesamt ab. Dann machen wir uns mal schnell auf den Weg. In einer brennenden Raffinerie geht man nicht subtil vor. Das SMI empfiehlt daher Aufklärung mit dem Trikopter und Splittergranaten für maximalen Schaden. Näherungsmine. Was machen wir da voraus? Haft DMP. Benutzen wir eh nicht. Weg damit. Rein damit. Das ist alles nötig jetzt. So und wir haben Rauchgranaten. Rauchgranaten finde ich angenehmer. Wandgranaten auf jeden Fall. Näherungsmine eigentlich ganz praktisch. Gut. Wir sind ausgerüstet. Auf geht's. Näherungsabsprungzone, Sam. Bereit? Pilot leitet Sinkflug ein. Reduzieren Geschwindigkeit. Und drei. Zwei. Eins. Los, 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 los. Grimm, Sam ist raus. Verstanden. Dann mal los. Okay. Stressfaktor over 9000 würde ich sagen. Flüssiges Gas-Terminal. Sabine passt wie eine Sardinenbüchse. Alter. Oder auch Glückspfad sowas genannt. Weil sie kommt flach. Ungefähr so flach, als wenn man einen Stein über das Wasser flippen lassen würde. Grimm, bin gelandet. Bewege mich jetzt zum Hubschrauber. Sam, die Fields scheinen unter starkem Beschuss zu stehen. Engineers. Bestätigt. Sind festgenagelt. Okay, Leute, das ist nicht die Zeit für ruhigeres Handeln. Ja, war's nicht. Americana. Blade. Chaos. Woher kennen Sie die Parole? Sie werden nicht feuern, also hören Sie auf, auf mich zu zielen. Ich will Ihnen helfen. Wer sagt, dass wir Hilfe brauchen? Was machen Sie hier? Undercover-Einsatz. Sollen Sie die Anlage hier sichern? Die hatten uns beauftragt, den Tanker zu schützen, aber zu spät. Danach sind wir hierher gekommen und haben die Angreifer verfolgt. Wir hatten beinahe den Anführer. Dann ging alles den Bach runter. Grimm, hochrangiges Mitglied der Engineers vor Ort. Zeig mir den Weg. Anführer der Engineers finden. Wir werden mehr machen als nur was. Mitglied suchen. Okay, es sind Back-Ops dabei. Ich weiß schon, was ich mache. Ich lade nach. Okay. 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 Ich lade nach. Erledigt. Hier ist sicher alles. Ihr könnt aufhören zu ballern, da ist nichts mehr. Scheiße, Unschuldiger. Sam, die Erstversorger werden angegriffen. Auf dem Weg. Grimm. Ich brauche den Chef-Ingenieur. So schnell ich kann. Jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Hätte es ja auch einfach machen können. Okay, wo ist die scheiß Treppe da hoch? Hier ist meine Treppe. Was war ich, Sammy? Hoch mit dir. Ein da. Na, ist hoch da. Kann ich da nicht hoch? Kann ich nicht hoch. Ich sehe eine Menge Gegner vor dir. Sam, du befindest dich in einem Irrgarten. Nutze ihn zu deinem Vorteil. Na, nicht wenn ich spiele. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Schnauze! Scheiße! Fattete Drohnen, Alter. Ich hasse diese Dinger. Okay, so weit, so gut. Kommt jetzt einer hier hin, um den abzuchecken, oder? Starte für die Suche nach einer Drohne eine Drohne. Das heißt, er ist irgendwo hier bei uns. Okay, Laptop, Scheiß, ist weg. Hatten Helm aufgehabt, das hab ich nicht gesehen. Okay, weiter geht's. Wie geht's den Sears? Warten auf Rettungsschutz, Schrauber. Ich bin dabei. Dann haben wir die Abkürzung da runter. Gebt mir Orientierungspunkte. Da vorne ist die Feuerwache. Die Erstversorger sind direkt davor in Deckung gegangen. Wir rüsten mal auf. Das Feuer ist außer Kontrolle. Du musst alle Ingenieurs ausschalten, bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Schauen wir mal, was wir anrichten können. Gut, dass ich nichts sehe. Warnung, warnung, Explosion, danger in den Storchstank 24 & 25. Warnung, warnung. Was der Mist ist hier? Er ist tot, ich kann ihn einfach nicht verlassen. Er ist bereits tot, diese Ordnung sind zu nehmen, die ersten Anwender zu nehmen. Jetzt geh' deinen Scheiß zurück. Hör, ich kann nur nicht... Ich sage, move, jetzt! Wundernst du? Wundernst du? Da kann man nicht rechtzeitig weg, vor allem wo ist meine andere Mine gewesen, die ich da hingeschmissen habe. Er hätte eigentlich den einen Typen rotzen müssen. Schade. So nicht geklappt, ansonsten eigentlich eine ganz schöne Idee. Das Feuer ist außer Kontrolle. Du musst alle Ingenieurs ausschalten, bevor ich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich sehe nichts. Ich bin wieder am Anfang. Entschuldigung, das ist jetzt so ein bisschen ruckelt hier. Ich sehe gar nichts. Ah, okay. Okay, hat man jetzt. Okay Was soll das denn jetzt? Ich weiß nicht, dass das an die Wand gehen soll. So, das ist wirklich jetzt. Okay, bewegen wir uns mal hier, ne? Da zieht er mich nicht. Scheiße, das ist noch einer. Alter, akzeptiere meine Autorität. Hoch jetzt da. Und jetzt fresse. Sam, Lagebericht? Bereich um die Feuerwache ist sauber. Und du?